ja du könntest euch mal ein bisschen eisenerz da reinrücken weil ich habe nichts ich kaum und du hast mir das meiste eisen weggesnackt immer hast du keine erz mehr jetzt habe ich auch alles verloren das war natürlich die schlauste aktion aber eigentlich wusste ich war mir nicht sicher ob man das jetzt kann in diesem mini flachen wasser ich glaube bei smart movie wäre es gegangen minecraft sagt nein nicht so wirklich hast du holz mitgebracht ja das sehr gut das sind wir euch immer mit das ist grundlage noch 42 wofür brauchst du das ach so ja deswegen natürlich ja viel spitzhacke ach so hast du noch gar nicht sehr okay das eisen ist fertig ja ich habe ja sogar noch vier drohen moment vier drohen so blöd er ist ja klar ja natürlich acht jetzt alle mitgenommen ja genau so weil der case knochen tnt zuckerrohr fort das fleisch ich nehme mir mehr eisen nämlich mit können wir aus dem vorten fleisch leder machen sparks twigs das weiß ich wie das funktionieren soll weil das ja so halb kleinzeit ist deswegen habe ich das nicht dabei hast du das eisen schon wieder mitgenommen oder alles bevor es weg ist bevor es also so an sich vor dem spitzhacke machen ja das kommt ja noch im nächsten leben ich komme jetzt ja wieder ich habe ein bisschen eisen dabei sogar zwei ich hole noch mehr alles ich muss das ja wieder die super auslöffeln hier so du kannst jetzt hier bitteschön dankeschön das wirst du bitter nötig haben ja und holz hast du noch hast du holz ja ach das hast du auch gar nichts hast aber echt wenig mitgenommen ja wer nimmt auch schon holz mit ach du kriegst die hälfte danke danke bitte bitte na gut ja dann warte kurz dann komme ich gerade mit na gut dann sind wir jetzt hier in der super tollen flucht und die ist ja wirklich nicht schlecht bis jetzt die ist gut und aber gefährlich wie ich schon feststellen musste ja vorbei es noch nicht mal durch irgendwelche mobs war und ich glaube die facepalms konnte ich auch schon zu hause vor euren bildschirmen hören klatsch das glaub ich sehr wohl so ein scheiß ey so hier ist noch gold aber das frage ich auch kein mensch direkt auch noch ein eisenschwert also ich habe jetzt ein steinschwert eisenschwert ist nur minimal besser als ein eisenschwert ja ja ich glaube das jetzt du brauchst auf jeden fall einen eiseneimer den mit am besten mit wasser gefüllt den können wir dann ein bisschen ausleeren ja ich habe einen eimer ja auch mit wasser ja dann können wir den dann bald ausleeren wo bist du jetzt hingelaufen ganz weit weg jetzt können wir den hier bald entleeren werden wir brauchen was denn soll sie bloß erklären ja da wo es halt passt da muss man sich direkt mal nicht machen aber bisher in der Nähe hier aber du weißt ja ja natürlich war aber hier ist wirklich was dann was wo hier ist wirklich irgendwo zum wie bohr ja bohr bei hardcore nightmare hätten wir uns jetzt schon wieder da wäre ein zombie wäre eine katastrophe wäre das hier wo ich meinen stein gesetzt habe da bist du locker reingestampft ja das ist das dachte mir das geht doch lapis aber keine diamanten nein wie tief sind wir eigentlich hier schon ein stückchen elf ist perfekte diamantenebene das ist schön ich bräuchte eigentlich auch mal einen eimer denn so viel eisen haben wir also jetzt haben wir gar kein eisen mehr aber ich habe auch sieben aber das wollte ich nicht nein das wollte ich auch nicht Julian das wollte ich auch nicht das war sich jetzt besonders gut ich sehe keine ich meine wir haben noch nicht mal ein haus und gleich diamanten das wäre auch schon leicht übertrieben ja was denkst du was muss das muss oh ein creeper wirklich gut versteckt da oben wo es zum lapis reingeht ach den take ich on hallo herr wachtmeister der standardspruch bam 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 super geil und wir auch laufen ja die arme in der mine mine rollo verlaufen extrem man ihn finden die sehr gut um erst mal unten oder unter die schlucht die ganzen anderen rochstoffe abgreifen ja warte mal hier ist noch eisen das nehme ich gerade noch mit armin liebe ich schön verliebt ja genau das ist es ja das ist ein zweiter kann man das ja ganz gut scheiße jetzt bin ich mit dem fuß da gegen das mikrofon gekommen warte mal ich habe es gehört immer dieser ständer hahaha ich weiß gar nicht was da hast du denn oh ich glitsche hier im boden rum ich glitsche immer noch rum ich glitsche wieder rum ist ja schön ich werde immer wieder zurück gesetzt hier ja typische server probleme ach gott ja jetzt geht's minecraft ist ja auch so bugfrei zum glück freut mich ja mich auch so ich bin wieder bei der höhle ja ich bin hier oben bei dem lapis ich bin jetzt wieder unten hast du lappes lazuli abgebaut ja so warte mal jetzt brauche ich erstmal wieder fackeln 56 dürfte reichen bald teppiche machen die gibt es auch noch gar nicht naja bald ja bald ja das stimmt die sind gut ich dachte bald ich dachte bald in der in dieser in dieser version lavaquelle für den arsch das bringt sehr viel toll ähm zieht die hier rum das war ein komischer partikel diamantin von wegen hätte ich gerne ja ich hätte auch kein diamantin treibst mich hier ab sorry nicht dass das hier wieder passiert hier ja einmal durch wasser weggeschwemmt hier hier ist nix ersichtlich ist auf jeden fall hier bei erde sind meistens diamanten hier bist du auch wenn ich nur eine steinschaufel habe hab ich auch noch ja gut wir haben eisen kaum und das alte hatte ich alles gehabt weil du immer alles direkt vor mir abgehakt hast ja das muss halt schnell gehen muss genau sein ganz sicher soll ich mal vielleicht wasser setzen ja hier müsstest du immer das wasser walten lassen so ähm ach man ich will diamanten sofort wir brauchen schon häuser genial wir sind die die minecraft hipster wer braucht schon häuser machen das was andere vor uns nicht haben wir wollen häuser aus diamant blöcken machen nur ausschließlich ja klar ja klar oh hier ist redstone ich mach mal so probebohrung ah ja 10 11 soll das beste sein so erstmal probebohrung gold redstone keine diamanten schade schade aber redstone kann man schon viel mit machen glaube ich ja bisschen deko vielleicht doch mit redstone blöcken tageslichtsensor ja der ist lustig aber der geht leider ja nicht also so dass man es wieder auf tag setzen kann dann solche maschinen solche maschinen die ja doch die gehen eigentlich wäre aber ein bisschen cheating ja mit kommando blöcken ja klar so ich meinte jetzt aber generell mit äh das klappt so spezielle features die man damit plant ne ich meine einfach nur ja der reine sensor der ist vollkommen okay redstone lampen und dass die dann halt nachts angeht mhm das ist gut mhm hier gibt's nix wo bist du eigentlich äh ich bin jetzt da wo wir vorher waren da könntest du auch nochmal hinkommen ich seh dich die abzeigungen zu den ganzen ja okay wenn du mich siehst äh nein ich seh dich nur am namen ja ja aber du weißt ja in welche richtung ich gelaufen bin hier falsche richtung hier so komm mit mir ja ich hab nur noch die lava sehen da fertig gemacht ja und ich brauch gleich was zu essen ich hab nur ein steak oh gott scheiße wo war das denn jetzt ach hier ach hier ach wo äh wo hast du das bett her das war doch noch von eben ach so okay das war noch von dir glaube ich ja hier muss man das wasser halten lassen ja wollen wir hier auch mal wasser ja hell ich auch hier ist ja wenig auf Ebene vor mich dass ich dich da nicht rein spüle danke na ich mach nochmal Probebohren hier nach irgendwelchen Diamanten klar hier ist nix warte mal Ebene 11 soll auch am besten sein 11 ja man hat 12 ich hatte eigentlich immer auf 12 obwohl das auch keinen Riesenunterschied jetzt macht äh nicht wirklich Diamanten ja ja wohl äh 1 2 3 4 4 ach 4 naja hier bei der bei Stripmining Anlage da und ich kann jetzt auch zeigen wo das war war genau hier mal ein bisschen weiter graben oh wie nah wir da waren ein Block entfernt so ein Scheiß das war mitten beim Lavasee gut äh wo wollen wir jetzt hingehen ich weiß es nicht ich mache gerade mal Redstone noch am besten wieder zurück und am besten bald raus weil ich brauche was zu essen ja dann gehen wir das nächste Mal in die Mine oder ja ne die Mine die ist erstmal vollkommen egal wir müssen die Diamanten auch sichern naja ich hab viel Gold viel Redstone also viel was heißt Eisen so viel auch wieder nicht aber wir müssen noch zur Basis haben wir ja Werk gelagert genau Höhlenbasis wo war das denn folg mal einfach wenn du es nicht hast ich war ein Enderman schön wenn wir den angucken sind wir am Arsch ich sehe ihn auch ja davon kannst du ausgehen wo bist du hin äh äh ich hab den Enderman angeguckt also jetzt nicht ins Gesicht halt ne achso äh äh Höhlenbar ach da ey wir müssen noch höher oder ja okay ich bin hier ach da bist du hoch okay da ist auch richtig gut ähm ja ja essen ist da leider nicht drin ich nehme erst das verrottete Fleisch ich muss mich ja vom Verungern schützen ich hab noch ein Steak wohl bekommst ja das kannst du ruhig haben für dich ja du bist vergiftet I don't say so willst du die Rohstoffe alle mitnehmen schon passiert also wirklich auch die von Mia meine ich jetzt warum sollte ich warum nicht dich ich hab keinen Platz mehr ach so ja äh ich hab noch anderthalb Reihen frei ach jo ne ich hab jetzt eigentlich kaum Platz mehr ja das können wir eigentlich hier lassen wir kommen ja wahrscheinlich nochmal wieder dann ach ja hier war keine Kohle mehr drin okay ja dann gehen wir dann mal ne mhm gut zu vorgehen ich nehme erstmal verrottete Fleisch als Essensplatz ja das können wir ja alles hier lassen ja das können wir dann irgendwann mal später wieder hingehen Wegpunkt den mach ich jetzt aus lass ihn aber noch mal sehen auf wie hier zu Hause ist ein Kilometer entfernt okay das muss ich auch mal anmachen jo weit sind wir gefahren mit dem Boot das Boot hab ich natürlich jetzt auch verloren wie in meinem Bett ei 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 ja ich hatte ja nicht viel das ist nicht so schlimm trotzdem war es gut ne ja soll ich mich zu dich teleportieren soll ich mich zu dir teleportieren oh ich bin gestorben schon wieder ja ich hab's gesehen ja ich bin da runter aber es hat mir jetzt äh also ich bin auch weit runter gesprungen es hat mir die Lebenspunkte auch nicht angezeigt also nicht dass ich was verloren habe weil es gebackt habe dann bin ich direkt nochmal runter gesprungen oh ja dann war ich tot soll ich mich zu dich teleportieren warte mal kurz ich bin hier an einer gefährlichen Stelle ja jetzt könntest du's machen ja mach ich gleich ich bewaffne mich jetzt erst noch ist ja klar ja ich geh also schon mal auf dem Weg nach draußen obwohl es hier ziemlich scheiße dunkel ist ja mal gucken wo waren wir denn oben mal so irgendwo hochgekommen ne ich nehme mal ein bisschen Eisen mit klappt eigentlich soweit eine weiße Entscheidung oh Gott oh ein Creeper der wird jetzt abgetrieben tschüss um 10 V5 muss ich übrigens weg ach schön also so um ähm ja spätestens 5 1 halb müssen wir die Aufnahmen beenden ja gut das macht ja nix weil ich jetzt zu Krankengymnastik muss ach Krankengymnastik das macht Spaß denn du ist totkrank ja das ist klasse ja also einfach nur ja das bin ich ich weiß nicht welchen Wasserfall wir hochgekommen sind das schlecht ja ne weißt du es denn noch ach hier ist nur ne Treppe genau die hab ich gebaut Wasserfall hat noch gar nicht hier ist nichts an Holz hab ich alles mitgenommen ach du scheiße fast schon wieder hier tot wenn ich da wieder runtergefallen wäre äh ja hier mal schön aufs Licht achten ich bin gleich wieder draußen ich sehe schon Tageslicht glaube ich ne sehe ich nicht Mist schade aber ich höre einen Slime ja dann bist du da bei dem Sumpf da in der Nähe ja hab ich jetzt ja nicht mehr Mist hier gibt es da noch wirklich viele Höhlenabschnitte die noch gefährlich sind wir waren doch auch noch erst durch ne Höhle oder so gegangen ach du scheiße ja ich versuche mich mal hier hoch zu machen ich gehe jetzt nicht auf den Weg rein äh raus wo wir reingekommen sind aber nein ich hab einen Enderman aus Versehen angeguckt oh oh nein nein ich bin da einfach weggegangen der war gerade in meinem Fadenkreuz soll jetzt sofort einbauen ja ich teleportier mich mal zu dir ich kann dir zwar nicht viel helfen der rastet gerade schon aus ja ey ja ey ja ey ja ey ja ey ja ey hallo der macht gar nichts Hilfe der kotzt wo ist denn hier bin ich da den habe ich angeguckt den Herren wollen wir ihn schlagen ihr könnt sich jeden Moment teleportieren ich glaube es war so kurz davor in dem Wasserfall sind wir doch auch glaube ich hochgekommen ne wir sind gar kein Wasserfall äh hoch ne ich gehe jetzt einfach mal weg naja ich nehme Eisen mit ja ich habe überhaupt gar nichts also keine Werkzeuge ich darf die vier Diamanten nicht verlieren hast du noch irgendein Schwert oder irgendetwas ja ein Steinschwert hier bitteschön hier liegt es bei mir danke hier ein Steinschwert willst du auch noch ne du kannst auch noch ne Steinspitze haben zur Not sehr gut jawohl so wo gehen wir hin hierher ja da muss man wieder zurück ich esse gerade das Fleisch nein der Enderman Enderman kommt er ja ja er hat gerade weg teleportiert weg teleportiert oder ja der hat den habe ich dann wohl geschlagen boah macht der viel Schaden ey also der ist ja auch auf mich du könnt ja das wäre ganz praktisch aber jetzt wird das natürlich nicht machen wieso ja weil der jetzt erstmal wartet und der kann sich ja nicht in die Nähe teleportieren weil ich ja hier geschützt bin blödes Vieh ey blödes Vieh ey scheiße und ich hab das gute Zeug dabei jubel du nimmst erstmal die Diamanten oder? was ist das für ne gute Idee? ja ich weiß ja nicht der ist ja auf mich aggro ja wenn er sich hierhin teleportiert machen wir den Blatt fertig ich 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 Eine Sch survey 5 6 6 6 7 Vielen Dank.